13. Was darf man alles mit 13? Das Wichtigste, du darfst mit 13 TikTok, Snapchat und Insta nutzen. Vorher hat das ja keiner von euch gemacht. Du darfst ab 13 arbeiten und leichten Tätigkeiten nachgehen, wie beispielsweise Zeitungen austragen, Nachhilfe geben oder dich um Tiere kümmern. Und 13 ist das letzte Jahr, wo du strafunmündig bist. Das heißt, du kannst für eine Straftat noch nicht strafrechtlich belangt werden. Also nochmal schnell eine Bank ausrauben. Nein, macht ihr natürlich nicht mit.